Musik 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 Hey Leute, ich bin Sam von Manchester's Bodies und heute ist Tag 9 von Pack of the Day im April und heute haben wir wieder ein Champions League Sticker Päckchen Das ist das zweite Video dieser Art also 9. Tag aber das zweite Mal Champions League Als erstes haben wir Ramirez von Chelsea Dann haben wir Fila von Maribor Porto Club Logo Aogo von Schalke 04 und Rico Das war's dann auch schon Gebt einen Daumen hoch wenn es euch gefallen hat, abonniert und dann sehen wir uns morgen wieder bei Tag 10 von Pack of the Day Ciao Mal 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 Mal